Von diesen Mondbriefen gab es einige hundert, die wurden von den Astronauten mit auf den Mond genommen, unterschrieben und wurden dann anschließend später auf der Erde als Souvenir verkauft. Und die Entstehungsgeschichte, die ist eigentlich völlig irre. Es gab einen Herrn Eiermann. Herr Eiermann hat für eine Firma gearbeitet, die mit der NASA kooperierte, weil die Schutzschilde gemacht haben. Und Herr Eiermann, der kannte einen Geschäftsmann und das war der Herr Sieger. Der ist eine ganz große Nummer im Briefmarkenhandel gewesen. Dann ist man losgegangen, hat gesagt, du pass auf, jetzt sind ja diese Astronauten, dann hat man die angesprochen, hat gesagt, was haltet ihr denn davon, wenn wir euch ein paar Briefe mitgeben? Dafür kriegt ihr letztendlich Bares und wir verkaufen die weiter. Und dann hat jeder eine bestimmte Anzahl an Briefen mitgenommen. Die waren von der NASA genehmigt. Man weiß aber, dass die Astronauten mehr mit hochgenommen haben, als eigentlich vereinbart. Aber das eigentliche Problem war, dass Eiermann und Sieger diese Briefe schon in den Handel gebracht hatten, bevor alle Apollo-Missionen eigentlich beendet waren. Und das war somit der NASA nicht vereinbart. Wir mussten ja sogar nach dieser ganzen Aktion, die drei Astronauten sind zum Beispiel suspendiert worden. Ja, und hier hat man dann halt diese drei Unterschriften dieser Astronauten. Ja.